Sie hören Fractal Noise, Mission ins Ungewisse, von Christopher Paulini, aus dem amerikanischen Englisch von Anke Kreuzer und Barbara Häusler, gelesen von Simon Jäger, ein Hörbuch des Argon Verlags. Teil 1 Ahnung Es ist ein schrecklich, Ding zu lieben, woran der Tod kann rühren. Reim Stern Perspektivwechsel Am 25. Juli 2234 entdeckten sie die Anomalie. Es herrschte Schiffsnacht in der SLF Adamura. Alle Lichter waren aus oder doch zumindest gedimmt und auf Rotlicht umgestellt, um den Tag-Nacht-Rhythmus der Besatzung nicht zu stören. In den Korridoren und Räumen des Raumschiffs war es still, wenn auch nicht totenstill. Die Gebläse der Lebenserhaltungssysteme sorgten für ein konstantes Hintergrundsummen, ein einschläferndes weißes Rauschen, das sich der Wahrnehmung schnell entzog. Außerhalb der Adamura entfernte sich der sandfarbene Gasgigant Samson in die schwarze Kulisse des Weltraums. Das Schiffslabor war eng. Gerätschaften wucherten förmlich aus den Wänden in die Raummitte mit nur schmalen Laufgängen dazwischen. Durch die Computer war es warm und die Luft zum Schneiden stickig. Zahllose winzige Anzeigen erweckten den Anschein von auf den dunklen Maschinenpark verstreuten Sternbildern. Alex Crichton saß an dem in eine Ecke gequetschten holographischen Display und versuchte, die Ergebnisse der Probe auszulesen, die sie gestern in die Atmosphäre von Samson abgelassen hatten. Kohlenstoff, Ammoniak, Methan. Die Liste verschwamm vor seinen Augen. Es war schon weit nach Mitternacht, aber er hatte seinen Bericht noch nicht geschrieben, den der Käpt'n morgen früh gleich als erstes erwartete. Es wäre schlauer gewesen, ihn schon heute Nachmittag zu schreiben, bevor in seinem Kopf das Licht ausging. Ja, das wäre schlau gewesen, und Alex wusste es, aber er hatte sich nicht dazu aufschwingen können, auch nur ein einziges Wort zu tippen. Wie an den meisten Tagen war er in seinen Wachphasen nur mäßig bis überhaupt nicht motiviert. Nachts war es auch nicht besser. Ein gelegentlicher Anflug von Panik führte zwar zu einem kurzen Produktivitätsschub, aber selbst dann nur zu einer mäßigen Leistung. Er litt unter Schlafentzug, wollte aber keine Wachmacherpille wie Stimware nehmen. Wozu auch? Um sich besser zu fühlen? Das konnte er vergessen. Solange Käpt'n Idris ihn nicht erneut zusammenstauchte, sah er keinen Grund, sich zusammenzureißen. Letzten Endes war ihm alles egal. Das Holo vor ihm verschwamm. Zahlen traten zusammenhanglos aus dem Hintergrund hervor. Alex machte die Augen ein paar Mal auf und zu. Es half nichts. Zu kraftlos, um mit der Frustration fertig zu werden, verschränkte er die Arme auf dem Kunststofftisch und legte den Kopf darauf. Eine schwarze Strähne fiel ihm über die Augen. Wann hatte er sich das letzte Mal die Haare schneiden lassen? Vor drei Monaten? Vier? Irgendwann davor. So viel stand fest. Er vergrub das Gesicht in der Armbrüge und für eine ganze Weile war das Summen der Gebläse das einzige Geräusch im Labor. Noch nie hatte ein Wort Alex dermaßen verfolgt. Vor dem Weggang von Eidolon. Vor dem Anheuern bei der Erkundungsexpedition. Vor der Beerdigung. Es war hell und sonnig gewesen in dem spartanischen Trauercenter in Nur-Dach-Haus-Architektur. So gleißend hell, wie man es sonst nur aus Albträumen kennt. Alle ihre Freunde hatten an dem Gottesdienst teilgenommen. Seine und ihre. Ebenso ihre Familie. Das war das Schlimmste gewesen. Ihr Vater mit seiner dichten, struppigen Mähne, dessen Ratschläge und Beileidsbekundungen Alex an sich vorbeirauschen ließ. Ihre Mutter, eine kleine, zierliche Frau an seinem Arm, deren exaltiertes, zu schau getragenes Weinen Alex zutiefst abstoßend fand. Natürlich meinten die beiden es gut. Wie auch nicht. Ihre einzige Tochter war tot. Und da war er, lebendes Verbindungsglied zu dem Kind, das sie verloren hatten. Dennoch war ihm ihr Wohlwollen ein Gräuel. Jede Sekunde in ihrer Gegenwart Folter gewesen. Er erteppte sich, wie er an ihnen vorbei auf die Kirchenbänke aus dunklem Jakamil.